Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by Sevenlord, die Zukunft des Fernsehens. Das wollte ich als Kind werden. Ja, um ganz ehrlich zu sein, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich als jugendlicher Chef von Siemens werden wollte. Heute bin ich allerdings froh, dass ich das nicht geworden bin. Der beste Rat meiner Mutter. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du recht hast oder wenn du im Recht bist, dann sage es laut. Und daran halte ich mich bis heute. Ich habe unterschätzte Talente als? Manche sagen Politiker. Meine heimliche Schwäche? Süßigkeiten. Mein Vorbild als Medienmacher? Das ist wirklich ganz schwierig. Also als Vorbild würde ich sagen, kann es eigentlich nur einer sein und das wäre Guttenberg. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er ist zu früh gestorben. TORI 2 TV, das Branchenfernsehen.